Du bist noch weiter Innenverteidiger, oder? Ne, ich geh jetzt nach rechts in den Löchern. Nach rechts, okay. Gut. Max, wenn du jetzt raus gehst, kannst du ein bisschen nach rechts und links bewegen? Ja, ich kann nicht irgendwie tun. Okay. Aber ja, ich wollte gerade sagen, das ist gut genug. Vor allem, dass wir den neuen Nachwuchs haben. Bitte? Hast du noch was? Ja, dann steigen wir was. Wunderbar. Das Wasser auf die Kamera. Ach nee, die sind leer. Ja, nimm dir doch einfach irgendwas, ey. Oh, schön. Best of. Muss man das Ganze sagen? Ja. Oh, geht ja nicht. Das Wasser. Ja. 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 Aber, die hast du schon mit der Situation im Wasser? Ich stehe einfach noch mal hin. Dann rollt der Ball. Dann rollt der Ball auch besser. Dann hängt es mal deine Platte oben, ne? Achso, ja. Schmaß mal in mir. Ja, vielleicht nicht in der Sonne. So, ich darf das jetzt testen kannst du. Ja, auch nicht. Bei dem Wetter reicht doch einer. Ja, das ist ein Wahnsinn. Ja. Ja, das war's. So, noch die Zeit aus. Ja, das ist doch noch die ja. Ja, ja. 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 Ja, weiß ich, keine Karten, oder? Kein Geld. Ja, und dann habe ich das dann gekostet, ne? Was ist los? Keine. Das ist dann doch ein bisschen zu viel, einmal trainieren und dann bei so einem Wetter zu spielen, ey. Vor allem, heute haben sie so Scheißwetter angekündigt. Was haben Sie gemacht? Heute haben sie Scheißwetter angekündigt. Ne, überhaupt nicht. Doch sicher. Ja, wie gesagt, zwischendurch mal Gewitter, sonst strahlen blauer Himmel. Was haben sie angekündigt? Ein iPhone hat was anderes. Ein iPhone lügt. Jedes iPhone. Ja, stimmt eigentlich auch wieder. Dann beschwere ich mich eigentlich nicht, wenn ich auf ein iPhone lüge. Nein, nein, ich habe im Internet auch mal geguckt und dann haben sie gesagt, ab nachmittags mit Umwettern zu rechnen. Ja, trotzdem wird es heiß und... Ja, heiß. Ja, umwetter. Ja, umwetter. Ja, geregnet hat es vor uns ja schon ganz alt. Ja, aber das ist schon nicht kein U-Liter. Ja. 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 Ich gehe mal auf andere Seite. Dann bin ich auch nicht. Ja. 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 Sehr gut! Ja, ja, ja! Diese Position stimmt jetzt. Sechser. Auf die Träger! Jungs, konzentrieren euch jetzt wieder! Jetzt kommt der vernünftig! Er hat ja auch nicht geguckt. Er hat ja geguckt. Müsst du nochmals noch da? Müsst du nochmals noch da? Ja, auf jeden Fall. Jetzt wird mal wieder ruhiger. Ich dachte, das wäre schon längst zu Ende. Ja. Ach die Scheiße. Ach so, das brauchen wir keine noch einmal jetzt. Ah, okay, okay. Ja, aber ich habe Emi ja vor der Eiz angerufen und gesagt, naja, es ist ja nicht so gut. Okay. Okay. Das sah sogar jetzt mal zwei Minuten lang nicht schlecht aus, ne? Passiert, ja. Wir hatten auch schon eine große Chance. Hätte man auch schon kommen können. Was man dann natürlich das 3-0 passiert. Also die Kahn muss jetzt auf das Tor umstellen. Ja, ist halt schwierig. Hier, Keuer! Ja! Ja, das ist los gar nicht mal. Ja, ja, ja. Lass ihn doch schießen, Jungs. Lass ihn doch gleich schießen, Jungs. Elfmeter. Lächeln. Willst du noch mal, oder? Lass mich durch, geh durch, ich gucke an. Schiri! Ja, Elfer. Und die Karte? Jungs, ja. Jungs ist das letzte Spiel. Ja und, dann werden wir wieder runter. Ja. Ja. Trainer, kannst du... Ja, den haben wir ja verloren, weil... Seppi, soll ich mich einwechseln? Ne, ich will. Kannst du nicht mehr. Lass Torsten schießen. Jungs, wenn er schießt, gib ne Kiste. Torsten! Aber ne Karte hab ich nicht gesehen. Ja, lass mal, lass mal heute, komm. Letzter Spieltag, lass mal. Ja, ja. So, dann hast du schon ein Tor geschossen diese Saison. Ja, da gibt es doch ne Kiste, oder nicht? Ja, dann lass mal Totti schießen! Totti! Nein! Nein, 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 nein! Hey, Jungs, geh mal ein bisschen zur Seite, das kann ich ja nicht filmen. 16,21, geh mal ein bisschen zur Seite, Jungs. Ja, hab ich ja gesagt. Jungs, wir haben gesagt, 5 zu 2. Man spielt doch mal 5 zu 2 zumindest, aber die brauchen uns zufrieden. Ja, ich hab ihm gesagt, ich muss mal 5 zu 2. Komm, Kassel, komm! Ja, ich will das voll. Wir müssen uns heute auch noch mal machen. Ja, auch mal an, hier. Wir machen einfach gut hin. Ja, lieber 5 zu 2. Also, wir haben hier auch gerade einen Griff. Mit Sechser. Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm! Und wieder da! Und wieder da! Ja, komm her! Ja, komm her! Es ist zu weit, es ist zu weit! Was haben wir in den Prübel? Genau so ein Berge! Ja, Karte voller für mich! Ja, natürlich! Das werden wir ja noch ein Geld noch zeigen. Ja! Ja! Ja, 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 es kommt! Wir müssen Linien, Linien! Totti, festhalten! Mann, was ist los heute? Sehr gut. Na sag ich doch, festhalten geht doch! Doch! Ah, schade, Peter. Komm, Koya, der Fummelte mal. Sauber, Koya. Aufs Tor. Ein Wurf. Schön, Koya, gut gekämpft. Komm, Koya, komm, komm. Peter, eins vor, Peter, vor. Auf. Ja. Ja. Ja, nicht zu, dass ich kann. Und noch mal, noch mal, noch mal, noch mal. Komm, du bist raus, denk raus. Okay, gut. Gut, gut. Gut, gut. Peter, raus, rücken mit der Auge. Hey. Ja. 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 Ja, was war denn abgefiffen? Freistoß oder was? Nein. Ja, wenn er pfeift, dann muss er doch was machen. Er kann doch nicht einfach abfeifen. Natürlich. Mach was mit. Ja, wenn er, wenn er, kann doch nicht mal an was du willst, kann doch nicht einfach abfeifen und dann, ja, ist richtig, Marc hat gefoult, wie immer. Es war schon wieder Marc. Es ist mit Kommentar. Ich fiel nämlich Kommentar. Und schon wieder ein brutales Foul von Marc. Dass er keine Karte hat, wundert mich noch. Ich gehe dem viermal Geld geben, bitte, für die Show. Wir haben ewig vor. Wir sind gerade mal sieben Minuten gespielt, denk. Ja. Kommt einem vor wie zwanzig, ne? Guck mal, ich meine, der ist platt, oder? Habt ihr ein Geholt aus dem Gebüsch, vorne? Ja, ich weiß nicht welche. Ja, der rot-weiße. Wo ist der denn? Habt ihr den aus dem Gebüsch nicht Geholt, vorher, Jost? Ja, warte, dann ist das. Der ist unten. Der Ball, Herr. Ja, was? Gehen wir mal über. Wo ist der hin? Ja, einen erreicht. Du hast einen erreicht. Hey! Wo war der Ball dahin? Ich hab nicht gesehen, wo der hin ist. Ja, ja. Ich filme. Und Stefan holt den Ball, dann kann er eingewechselt werden. Du bist auch wieder warm. Du musst noch nie mal in die Vorgärten. Wo war der ungefähr? Das weiß ich echt nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gemeldet. Ich hab's nicht gemeldet. Ich hab's nicht gemeldet. Ich hab's nicht gemeldet. Ja, ich war gemeldet. Ja. Basti, Basti. Hey, pscht. Komm mal kurz. Komm mal kurz. Jetzt arbeitet auch nur ein ganz kleines Stückchen. In dem Tycho? Ja, das braucht sich auch. Da schrumpft er. Letzter Spieltag. Hat keiner gesehen, dass ich jetzt hier einen Schluck Bier... Scheiße. Nur gehört, nur gehört. Nicht gesehen. Einer nur, Peter! Einer, einer, einer! Jetzt spielt Peter vorne, oder was? Ich weiß nicht, wo Peter spielt heute. Das Röter macht ja keine wichtige Aufstellung. Wir spielen einfach. Aber scheint zu laufen. Das ist das Beste, du lässt die Mannschaft machen. Weißt du? Verlängern! Ja, genau dahin! Koya auf Verdacht! Da war klar, dass ihr durchkommt. Komm Jungs, mal durch die Mitte spielen, wenn ihr euch da so fest gespielt habt. Schon wieder der Vierer? Schiri, schon wieder der Vierer? Ja, mein ich doch. Ja. Ja, gelb, Martin Fieber! Nicht schlecht gespielt sogar. Ja, das war sehr schön. Leider. Ja, nein! Ja, nein! Ja, nein! Koya, lauf durch! Was ist los heute? Er hat eine Sprüche-Klopfer gegeben. Koya, jetzt noch Spaß! Weiter! Superspielbar! Positiv, positiv! Ja! Ja! Für einen 19-Jährigen war das einfach gespielt. Hedding-Canning-Canning-Canning-Canning, sauber. Ja. Herr Kajner! Komm, Hedding, setz dich durch! Hat doch keiner was gesagt. Geh, geh, geh! Geh, geh, geh! Pädda, pass auf! Ja. Puska! 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 Anlaufen, Nico, anlaufen, anlaufen! Bleib mitter, Henni, bleib mitter! Das ist so! Oh, Jungs, ey! Slapstick, ey! Mitter, Henni! Wir spielen mal wieder ruhiger! Geht's los, hol! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Der ist größer, das kannst du nicht vergleichen. Der ist größer, das kannst du nicht vergleichen. Kolja, wenn du mal öfters durchwechselst, kannst du auch öfters wechseln. Ich frage nur. Ich meine nur, wenn du mal ab und zu wechseln willst, mit mir können wir auch öfters wechseln. Komm weiter, Junge, weiter! Ja, der wird, ist ja gut. Komm mal raus, dein Mann! Komm mal wieder raus! Komm mal! Max, Max, kannst du gleich wieder? Auf der Sechs ein bisschen. Zehn Minuten für Sebi, ja, dann kommt er wieder rein. Ja, ein bisschen mehr. Sebi spielt sowieso eher Sturm als andere. Ja, es spielen so ziemlich viele, wir spielen ja mit sechs Stürmern im Mann im Blick. Aber jetzt aber wieder. Du musst wieder erst zum Training kommen und ein bisschen mehr laufen beim Training. Ja, das Wetter ist heute nicht vergleichbar. Nein. Das merkst du schon, ne? Einmal so jetzt Training gewesen und heute Fußball spielen, das ist schon ein Unterschied. Geh nach oben, komm nach oben! Ja, dann machen wir das jetzt. Dann kommen sie jetzt für Sebi. Ja! Wo wollen wir eigentlich? Ja. Ja! Kolja, Kolja! Kolja! Das ist dein Ding, das ist dein Ding, das ist... Ah! Was ist denn? Das darf doch nicht warten! Sebi, jetzt! Sebi! Jetzt! Der war da nur so frei, weil ich hier ausgestattet habe. Ja, ausschließlich! Ja, wenn wir die Chancen machen, dann werden wir jetzt mittlerweile führen, ne? Ja! Ja, du! Ist nicht, das Ergebnis spielt da nicht immer mit dem Spieler, oder? Nee, zweiter Halbzeit definitiv nicht mehr. Auch erste Halbzeit war ein bisschen hoch, fand ich. Ja, stimmt schon. Dann bin ich ja, glaube ich, mal wieder dran, ne? Mit dem Kasten, ne? Scheiße! Ach, Quatsch! Helding, alles gut! Wir müssen auf Video gucken, ob es wirklich in Elf war. Was hast du denn? Ach, die Ansage von Väter war es zwar. Väter macht nur so. Abstand! Kein Gegenspieler weit und breit. Wie lange noch ist sie? Ja, er ist jetzt eine Viertelstunde gespielt. Viertelstunde ungefähr gespielt, 14 Minuten. Ja, äh! Schiedsrichter! Herr Schiedsrichter, wir wechseln! Max, Schiedsrichter auf der 6. Ja, mach mal eine Viertelstunde Pause, dann kannst du wieder nochmal für Max. Stefan, du dann auch gleich mal wieder. Ja, ja. Könnt ihr mal aufhören, alle vor der Kamera zu laufen? Ne? Stark angefangen. Ja, das ist nicht schlimm, Jungs, weiter! Komm! Wir müssen vorne auch mal die Dinger wieder machen. Ich hab 5 zu 2 angesagt. Komm! Der meckert ja die ganze Zeit. Immer der gleiche, ne? Immer der gleiche, der meckert. Ist auch so. Ist auch so. Da muss man mal gelb geben, dann ist Ruhe. Komm! 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 Willkommen wir mal? Es läuft nicht warm, Stefan. Wohl! Ja, wegen Bänder und so, ne? Brauchen wir etwas länger. Unsere Taktik war, die müde zu laufen. Stefan, Stefan, dann komm mal. Ja? Ah, lass mich doch nicht stören. Das ist ein Kraner, das ist ein Kraner.